Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Ich habe lange, lange, lange gekämpft, weiterzumachen. Ah, nun bin ich hier. Ihr wolltet es ja. Gut, dann gehen wir mal weiter, dann ich wüsste, wo lang. Okay, ins Dunkle. Na super. Habe ich mich jetzt schon? Ne, doch nicht. Wo muss ich denn hierher? Jetzt rüber? Ah, okay. Dann werden wir da lange laufen. Ja, 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 das sieht echt eklig aus hier. Oh Gott, ey. Na gut. Müssen wir durch? Wie viel haben wir noch? Drei Batterien haben wir noch? Gut. Oh, lauf mal, Junge. Hopp, 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 hopp. Was ist das denn für ein Geräusch? Alter. Ich hoffe mal, hier sind keine Viecher oder so. So, das zu. Okay, das sieht nicht gerade sehr einladend aus. Okay, okay. Hier gibt es auch keine Batterie oder so, dass eine Batterie runtergefallen ist. Ah, ups, das habe ich ja total gesehen. So, was haben wir denn hier? Mit bleicht auf der Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift, gleich, Schriftstücken des Patienten, Vater Martin, Akenbord. Oh, ich muss eines auch zugeben. Es gibt so viele Namen, ich blicke da mittlerweile gar nicht mehr durch. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Souls Augen waren forscht. Und wenn wir hinter... Die Schuppen? Okay. Wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen, um sie der erwartende Herde vor Ort zu enthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Okay. Scheint wohl ein bisschen fanatisch zu sein. Da vorne ist Licht. Bin ich mal froh drum. Licht ist immer gut. So, hab hier durchgequetscht. So. Das gefällt mir gar nicht. Was müssen wir überhaupt machen hier? Ah. Dreh jetzt mal ein Ventil auf, um das Wasser abzulassen. Können wir nicht einfach da durch? Boah, ne. Ich hasse Karten in Spielen. Ich werde mit euch ein bisschen verfolgt oder so ein Kram. Also sie sind gegenüber die Teile. Okay. Jo. Ich wusste es. Ich wusste es. Der dicke Küt. Na super. Wir haben eine bescheidene Position gefunden. Was? Der hat mich schon gesehen? Och, nö. Ach komm, dann töte mich halt. Mann. Mach Feierabend. Ei, 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 ei. Soll ich mich denn da verstecken, bitteschön? Wenn er mich da direkt schon sieht? Äh, ich hab keinen Peil. Ja, ja, ja. Wissen wir ja. Der Küt ja da vorne raus. Super. 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 Der hat es ja super gemacht. Der wird mich auf jeden Fall sehen. Definitiv. Er hat... Ach, Mann. Kann man irgendwie abhauen von dem? Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Komm, komm. Lauf, 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 lauf. Oh, ist der schnell. Ist der schnell. Uh. Na, klasse. Sackgasse. Aua. Ach, komm. Ist gut. Ah. Ist nicht mein Tag heute, kann das sein? Wo soll ich mich denn da verstecken, bitteschön? Ich hab keinen Peil. Der kommt ja direkt da vorne raus. Wie soll ich mich denn da verstecken? Da sieht er mich ja direkt. Hier sieht er mich auch. Ich versuch's mal, aber ich denke mal, er wird mich sehen. Oh, die Ketten. Und das Geräusch. Hau ab. Geh einfach. Ist der. Oh, ich trau mich grad nichts zu sagen. Ist er weg? Scheint so. Okay, da ist Sackgasse. Komm wir da lang? Auch Sackgasse. Uh. Backe. Ah, da kommen wir her. Da kommen wir her. Sehr schön. Ab hier durch. Und das Geräusch. Ähm. Ja. Ah, wo ist der Dicke jetzt? Pssst. Wo ist der? Ich trau mich nicht. Ich will erst wissen, wo der ist. Ah, da ist er. Uh, Zivista. Er kommt hier nicht rein, oder? Ei, ei, ei. Er hat einen Kolossus, ey. Hallo, Daddy. Alter. Wo gehst du lang? Du kommst mit Sicherheit. Uh. Okay, der geht da lang. Dann laufe ich in die Richtung ganz schnell. Lauf, 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 lauf. Licht an. Und hier rein. Hier rein, hier rein. Die Tür zu. Gut. Dann machen wir den ersten. Wunderbar. Boah, ich seh nix. Ich sag mal, die Tür zu. Puh. Warum ich guck dir jetzt nicht hier hin? Hört sich aber so an. Oh mein Gott. Huh. Warum ich guck dir jetzt nicht hier rein? 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 Na? Nicht gucken. Sei lieb. Nicht reingucken. Nein. Nein. Oh. Nein. 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 Schein. Ähm. Was? Ich lebe noch? Wieso lebe ich noch? Okay. Jetzt lebe ich nicht mehr. Ah. Mann. Nein. Also er muss direkt raus da. Er darf nicht warten. Gut zu wissen. Okay. Ab hier runter. Verstecken. Bis er weg ist. Ah. Ihr könntet euch gucken. Sehr schön. Sieht ihr mich da? Ich hoffe mal nicht. Hallo. Huhu. Ich muss aufpassen. Mein Mikrofon ist direkt hier. Wow. Ja. So. Okay. Er ist weg. Ich glaub es zumindest. Er ist immer noch hier. Wo ist der? Okay. Dann lass uns wieder mal schnell da rein. Oh. Nicht so laut, Junge. So. Dann warten wir mal, bis der Dick wieder da ist. Ich hab keine Lust, in dem seine Arme zu laufen. Ah. Ne, 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 ne. Wir gehen nicht. Er muss hier ja irgendwo sein. Ich glaub, der ist links von uns. Okay. Okay. Da ist er schon mal. Da ist er. Da muss ich mal hin. Dann geh mal links rum. Lauf doch mal bitte um die Ecke. Ah. Nicht umdrehen. Weiter gehen. Hier ist niemand. Ich bin nur eine kleine Maus. Woher geht der jetzt rechts lang, oder? Ich vermute erst mal. Dann gehen wir jetzt hier lang. Lauf, lauf, lauf. Verdammt. Hier geht's nix wo lang. Ah, nein. Dann gehen wir da lang. Sehr schön. Und hier ran. Komm. Lauf, 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 lauf. Okay. Boah, ich bin jetzt schon total verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Muss ich da lang? Hm. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin hier. Also hier ist auf jeden Fall schon mal das hier. Komm, mach auf das Ding. Und dann verstecken wir uns in die Ritze da. Würde ich sagen. Komm. Hab hier durch. Sehr schön. So. Dann warte ich mal gerade. Wird mit Sicherheit dann da lang kommen. Ich hoffe es mal. Ich glaube nicht, dass ihr hier durchkommt, oder? Häuser. Ich trau mich aber auch nicht weiter zu gehen. Ich will nicht schon wieder sein. Ich will nicht schon wieder erwischt hier. Kann man eigentlich da lang gehen? Boah, ist hier gar nichts. Mann, das habe ich mir vor der Kamera selbst geschrocken. Na komm, wir können nicht Ewigkeiten hier warten. Dann gehen wir hier unten drunter. Oh mein Gott. Da ist er. Da bist du also. Oh. Das war knapp. Du musst jetzt da lang. Da müssen wir aber auch her. Na, der ist schon dahinter. Wo geht er jetzt her? Ne, jetzt nicht dahinter. Sah so aus. Oh Mann. Ich trau mich einfach nicht. Wo kommen wir noch her eigentlich? Außer da lang. Oh, 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 oh. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Scheiße. Ähm. Da lang. Schnell jetzt runter. Schnell jetzt runter. Alter. Ich bin in Sicherheit. Du kommst mir nicht hin. Nee. Du kannst mir nichts. Oh. Dann laufe ich geradeaus durch. Auf der anderen Seite. Wo ist er? Boah, diese Musik. Alter. Komm. Lauf. 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 Wir gehen einfach hier auf die andere Seite. Und verstecken uns erst mal hier. Ähm. Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang nochmal? Verdammt nochmal. Ich gehe erst mal komplett zurück. So. Ähm. Wir waren jetzt. Alter. Ich blicke hier nicht mehr durch. Wir müssen rechts irgendwo lang. Das weiß ich auf jeden Fall. Nein. Keine Batterie. Mhm. Ich habe eh keine Batterien. Warum? Ich hasse diese Taste. Wir müssen auf die rechte Seite irgendwie. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Wir gehen mal in Deckung. Scheiße. Der sieht mich trotzdem. Verdammt. Aua. Warum sieht der mich? Jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht wie eben. Verdammt nochmal. Aua. Ach komm ey. Ich habe keinen Bock mehr langsam. Echt. Aua. Ich habe total Probleme mich zu orientieren in den Spielen. Dann sowas hier. Kann ja echt und wahr sein. Obwohl es eigentlich so simpel ist. Es ist links und dann rechts. Und ich schaffe es trotzdem nicht. Ich bin zu blöd für das Spiel. Echt. Mann. 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 Gut. Er hat mich nicht gesehen. Das ist schon mal sehr gut. Geh ruhig weg. So. Da hätte ich reinlaufen können. Nein. Trixi. Läuft weiß ich wohl lang. Du gehst ja da lang. Dann gehe ich gerade aus. So. Hier drüber. Na. Gehst du mal drüber. Danke. Da ist zu. Okay. So. Warte mal. Jetzt erstmal checken hier. Wir kommen hier nicht lang und da nicht lang. Wir können uns da unten verstecken. Das bringt uns aber nichts, weil er in die Schließfächer guckt. Also müssen wir jetzt direkt zurücklaufen. Wieso lässt du die Kamera nicht oben? Oh. Ich hab hier rüber. Oh. Lauf. 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 So. Dann krabbeln wir jetzt hier drunter. Weil hier kann er uns ja nix. Oh. Kettenfuzzi kommt vorbei. Okay. Und dann gehen wir links rum. Dann hätten wir es endlich. Mei. Oh. Lauf du mal weg hier. Hopp. 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 So. Einmal rechts rum bitte. Boah. Das würde mir eigentlich nix mehr können. Da lang müssen wir. Gut. Ab hier drüber. Diese Musik macht mich noch bekloppt. So. Dann hier durchquetschen. So. Wunderbar. Jetzt sind wir fast da. Sehr schön. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Wunderbar. Letzter. Komm. Yes. Komm. Umdrehen das Ding. Kamera raus. Da durch. Oh. Das heißt nochmal. Dann da durch. Jawohl. Kettenfuzzi. Wo kommt der? Ich hoffe. Wäre schön, wenn er auf der anderen. Uh. Da ist er. Er sieht mich aber nicht. Wieso. Er kann mir nix. Wieso gehst du in die Richtung? Warum kannst du nicht einfach. Ja. Egal. Wir packen es trotzdem. Und. Einmal rüber. Genau. Okay. Der ist schon mal weg. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Da ist er noch. Okay. Tschüss. Hau ab. Keiner will dich sehen hier. Danke. Hä? Alter. Hüppst du mal da drüber? Komm. Das lauf einfach. Lauf, 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 la schön. Jetzt sehen wir noch hier kaum was. Oh, nett. Da komme ich her. Okay, ein paar Leichen hängen von der Decke. Sehr schönes Gefühl. Ist das Wasser schon auch sehr nahhaft und gesund. So. Jaja, einfach durchschrauben. Ja, wir haben es geschafft. Komm, ab hier hoch. Gott sei Dank. Ich habe mich auch blöd angestellt. Lacht euch bestimmt kaputt alle. Mit Sicherheit. Aber was erwartet uns jetzt hier oben? Neues Ziel. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Super. Puh. Speichert. Wunderbar. Fangen wir mal von mir hier mal. Sieg ist sicher durch. Borsche. Oh mein Gott, was ist das denn? Wollen wir mal die Tür zu? Ich trau dir nicht. Ich trau dir. Äh... Darunter. So, verstecken wir uns mal hier. Ich wollte nicht wissen, was das für ein komisches Licht war. Ich bin nicht mal... bin ich aber weitergelaufen. Hmm, okay Geht's da noch lang? Stehen wir mal wieder abgeschlossen sein, oder? Ja, war ja auch klar Klosbrühe Laufen wir weiter durchs Blut hier Female Ward, Male Ward Okay Jesus Okay Das soll mich jetzt beruhigen hier Alter, was die Geräusche Was war das? Alter Diese Geräusche Guck mal rein Okay, dann gehen wir schnell hier unten drunter Das gefällt mir gar nicht Oh mein Gott Ey, was hab ich mir ausgesucht für ein Spiel Batterie ist auch fast leer Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Müssen wir ein bisschen durchs Dunkle tapfen uns Äh, Tasten, nicht tapfen Oder jetzt stapsten Ja, wo lang jetzt? Links oder rechts Okay Ich weiß, meine Batterie ist zu Ende Ah, das sieht doch schon mal gut aus Haben wir hier nicht zwei Batterien mehr? Da muss es doch Batterie geben Sicherheit Nein, natürlich nicht Warum auch, gell? Ja, ja Warum soll es hier Batterien geben, gell? Nein, Mann, füllen wir auf Wir werden noch was sehen hier Oh mein Gott Hier ist ja alles dunkel Ich sehe gar nichts Alter Du Scheimleister Da liegt was Jawohl Ja, ne Batterie Aber wo geht's hier weiter? Aha Warte mal Da sind wir Hergekommen Gut Ja, hm Ich will eigentlich lieber Am liebsten aus dem Wasser erstmal raus Das geht natürlich nicht Warum auch? Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir nicht Alter, wie soll ich hier klarkommen? Ich habe ja jetzt schon fast die ganze Batterie Nur um Hier einen Weg raus zu finden Ich habe kein Ah, da lang geht's Gut Ab hier hoch So Okay Da ist die Treppe Sehr schön Hoch hier Aber ganz schnell Verdammt, wo müssen wir her, ey? Schon wieder Oh, ne Oh, mein Gott Oh, mein Oh Oh Komm, Haus Ah, der Berg ist wieder fast kaputt Oh, ne Wir müssen mit Neue reintun Oh, ich sehe gar nichts hier Oh, ne Oh, ne Ich höre auf jeden Fall Ketten. Gar nicht gut. Ketten mag ich gar nicht. Wo ist das Geräusch? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Alter. Wo ist der? Oh mein Gott, wo bist du? Oh mein Gott, du riechst auch wieder fast platt. Müsst du weitermachen. Da kommen wir nicht her. Ich höre ihn zwar, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn er ist, dann will ich es eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite will ich es nicht wissen, aber auf der anderen Seite schon. Ich glaube, der ist hinter uns. Kann last sein. Verdammt, wo geht es hier raus? Alter, wo ist der? Da ist er. Okay. Er sieht mich ja nicht. Ich hoffe er ist zumindest. Gehen wir mal einfach an ihm vorbei. Gut, dann wissen wir wenigstens, wo er ist. Oh mein Gott, das dehnt er mir her. Nein. Gut. Oh Mann, meine Batterie. Wir wissen auch hier, dass er weit, weit weg ist. Das ist immer gut. Bleibt mal schön weit weg. Oh, meine Batterie. Und neue rein. Wir müssen. Mach das Ding rein. Ich glaube nicht, wo es hier raus geht. Das ist hier in meine Nähe. Alter. Ich sehe ihn nicht. Da geht es raus. und bitte, 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 bitte. Geht da hoch. Geht da hoch. Ah, geht da hoch. Wie komme ich da hoch? Verdammt. Da. Hoch da. Und rüber Jump, jump, jump Lauf, lauf, lauf Hoch, 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 hoch Wir haben es gepackt Warum kommt der nicht da hoch? Scheiße Nein, hau ab Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Nein Da lang Oh Verdammt Ja Das war es dann für mich Ja, wieso Ich komme hier nicht mal weg Wow Na komm Alter Ist mir jetzt egal Hat er wenigstens gespeichert Hat er es gespeichert Es scheint so Okay Dann verabschiede ich mich hier Das reicht mir Vollkommen aus für heute Ich würde eigentlich gehen weiterspielen Aber ich glaube wir haben schon lange genug gespielt Okay Leute Lasst mir einen Kommentar doch da Oder einen Daumen hoch Oder vielleicht ein Abo Ich würde mich sehr drüber freuen Oder schlagt mir was vor Vielleicht habt ihr eine Idee Was wir mal als Neck spielen könnten Obwohl ich bin überlegen Ob ich Turm Oil zocken soll Also Leute Man sieht sich Man hört sich Man schreibt sich Bis dann Euer Trixi Ciao Ciao